Die meisten Menschen haben heute schon von Yoga gehört. Sie verbinden damit oft ein System von Übungen, in dem wir den Körper dehnen, strecken, kräftigen, verbiegen, um körperlich wieder gesünder zu werden und vielleicht geistig etwas zur Ruhe zu kommen. Ursprünglich bezeichnet dieses Wort Yoga jedoch etwas anderes, nämlich einen Geisteszustand, den wir erreichen können, in dem wir einen Zustand absoluter Zufriedenheit, absoluter Wonne, absolutes Wissens erreichen. Dieser Zustand, der dort zu erreichen ist, wird auch gesagt, ist eigentlich unsere wahre innerste Göttlichkeit, die Persönlichkeit, die alles durchdringt, wenn man so möchte. Wir können diesen Zustand über ganz viele verschiedene Praktiken erreichen. Und so sagen die Yogis, dass nicht nur dieser Geisteszustand als Yoga bezeichnet wird, sondern auch alle Übungen, die einen dorthin führen können, das zu erreichen. Aus yogischer Sicht praktiziert im Grunde genommen die gesamte Welt in allen Zeiten und Teilen der Welt eigentlich Yoga. Also könnte man sagen, aus yogischer Sicht praktizieren die Christen durch ihr Gebet, durch ihren Dienst an der Menschheit und so weiter, praktizieren sie Yoga. Genauso wie alle anderen Traditionen auch. Es ist also ein Wort dafür, für das, was wir tun, um diesen Geisteszustand erreichen zu können. In der Tradition, aus der ich komme, dem Integralen Yoga von Meister Sivananda, sagte Meister Sivananda, dass das Beste, was wir heutzutage tun können, ist, die verschiedenen Aspekte unserer Persönlichkeit alle irgendwie anzusprechen durch verschiedene Übungen. Zu diesen Aspekten zählen der Körper, der Geist, die Emotionen, der Intellekt, das Ego, das energetische System. Und diese verschiedenen Teile unserer Persönlichkeit wollen wir über verschiedene Übungen Stück für Stück erheben und harmonisieren. So haben die Yogis diese verschiedenen Aspekte kategorisiert, wenn man so möchte, und gesagt, es gibt Übungen, die sich nur vordergründig um den Körper kümmern oder die, die sich vordergründig um die Emotionen kümmern. Und jede Kategorie, da geben wir einen Namen, einfach damit unser Geist das ein bisschen unterscheiden kann. Wir konzentrieren uns in diesem integralen Yoga hauptsächlich auf das Hatha-Yoga, das mit dem Körper beginnt, das Raja-Yoga, das Meditation und Konzentrationsübungen macht, das Bhakti-Yoga, das mit den Emotionen und der Hingabe sich beschäftigt, dem Gyan-Yoga, das den Intellekt trainiert, dem Karma-Yoga, das mit der Reinigung des Egos zu tun hat, und dem Nada-Yoga, was überklang, probiert, den Geist zur Ruhe zu bringen. Diese verschiedenen Aspekte werde ich in anderen Videos etwas näher erklären. Das wäre für dieses Video etwas zu viel. Die Yogis haben festgestellt, dass eigentlich alle Wesen eines gemeinsam haben, unter anderem, nämlich, dass wir alle danach streben, Zufriedenheit und Glücklichkeit zu erlangen. Genauso waren die Yogis auch schon vor tausenden von Jahren mit dieser Suche beschäftigt, etwas zu finden, das anhaltende Glücklichkeit bringt. Wenn du mal auf dein eigenes Leben schaust, du wirst feststellen, dass du sicherlich schon häufiger den Zustand von Glücklichkeit erlebt hast oder Zufriedenheit, aber dieser Zustand dann halt immer wieder verschwunden gegangen ist und wir wissen nicht, wohin. Und vor allen Dingen wissen wir auch kaum, wo kam es denn auf einmal her. Es schien oftmals so oder es scheint dann so, als ob äußere Objekte dazu geführt haben, dass wir glücklich sind. Die Yogis finden oder sagen auch, dass der Geist ein äußeres Objekt ist, was ganz spannend ist. Also diese äußeren Objekte waren die Ursache für unsere Glücklichkeit, aber dann, selbst wenn sich die äußeren Objekte scheinbar nicht verändert haben, ist die Glücklichkeit weniger geworden, weil halt unsere Beziehung dazu oder das Objekt selbst sich ständig verändert. Und so haben die Yogis gesagt, okay, wenn dieses äußere Objekt anscheinend doch nicht die Ursache der Glücklichkeit war, woher kommt diese Zufriedenheit denn dann in mir? Und durch ihr Forschen haben sie festgestellt, dass diese Zufriedenheit eine Schwingung, eine Emotion ist, die in uns ist und dass das ein Ausdruck unserer Göttlichkeit ist. Und so haben sie festgestellt, dass wenn wir den Geist zur Ruhe bringen können, dass diese Glücklichkeit, diese Zufriedenheit dann deutlicher und leichter hervorscheinen kann. Also sagen die Yogis, unser größtes Ziel, wenn wir Zufriedenheit erreichen wollen, ist, den Geist zur Ruhe zu bringen oder sogar zu dem Zustand zu bringen, wo er vollkommen aufhört zu sein für ein paar Momente, sodass diese Göttlichkeit, diese Zufriedenheit ungefiltert hindurch scheinen kann. Und das ist der Weg des Yoga, um den wir uns kümmern. Und das ist nicht immer ganz einfach, nur mit dem Geist zu arbeiten. Deshalb bietet dieses System ganz viele verschiedene Übungen an, die zum Teil vordergründig erstmal gar nichts mit dem Geist zu tun haben. Das macht es dann leichter für uns, dass wir wirklich arbeiten können und der Geist dabei nebensächlich beachtet wird, trotzdem aber zur Ruhe kommt. Wie gesagt, ich werde weitere Videos anbieten, wo ich dann halt die unterschiedlichen Aspekte des Yoga, die wir praktizieren, erklären werde. Bis dorthin kannst du natürlich auch einfach ganz normal diese Übungen machen, die wir hier anbieten. Die sind alle dafür angesetzt, dass sie dir helfen, nicht nur körperlich gesünder und zufriedener werden, sondern tatsächlich auch den Geist zur Ruhe zu bringen, Konzentrationskraft aufzubauen, sodass dieses Gefühl der Glücklichkeit anhaltender in dir vorhanden ist. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018